...werder nicht wert. Slower than Mark 1, but we breaches in... Ja genau, das ist die Bombe, ich glaube, die wird in das Schiff geportet und dann explodiert hier fünf. Kann ich auch solche Dinge hier verkaufen? Natürlich nicht. Okay, da hoch müssen wir noch mal unbedingt. Ich geh mal da rüber und gucke, ob ich die Aufgabe machen kann. Vielleicht kann ich den Typen helfen und dann... Ja. Genau, die Steine, die kann live. Und 26 Scrap. Zurück und holen wir jetzt den vierten Hakenwerfer. Oder... bzw. Bombenwerfer. Eigentlich war es ein bisschen übereilig, dass ich die andere Waffe schon verkauft hatte. Oh, egal. Jeder macht noch Fehler. So, fliegen wir wieder da runter? Wo ich hätte auch die Energie noch ein letztes Mal upgraden können. Oder? Nee, den hätte ich noch nicht. Ähm... So, dann gehen wir diesmal in den Sektor. Vielleicht schaffen wir es wirklich mal bis ganz hinten. Ich glaube, ich war schon mal hinten. Das ist ein fettes Raumschiff. Das ist voll stark. Äh, ich mich gerade nicht. Aber... Ich werde Heimerdinger. Hat die Roboter gebaut. Wo ist er? Wer sonst? So, ähm... Cheers. The distress signal is coming from a small space station orbiting an uninhibitator planet. Their satellite defense system has gone haywire and their repair crew can't approach without being fired on. They are looking for help to fix or disable it. You fire a few volleys, but aren't able to penetrate the defense system machine. We are richtig hard penetrieren. Its weapons have no trouble piercing yours too, and you take minor damage before escaping. The station will need to find here elsewhere. Here elsewhere? Help elsewhere! Man! Ich glaube, ich sollte die Aufnahmen beenden, aber ich komme dann nicht mehr wieder rein. Deswegen spiele ich jetzt noch bis zu meinem Tod. Mantis Comchatters agreed, next ship is your turn. Good hunting. They don't see you yet. Bevor you have a chance to slink away, the Mantis ship notices you and powers up their weapons. Piu! Das hatte ich je gehofft. Jetzt kann ich gegen sie fighten. Tut nah, aber Krieg. Immerhin habe ich keinen Gruppenteleporter wie die Letzten. Oh gut, dass ihr auf einem letzten Mal kein Problem gewesen habt. So viel. Auf zu spinnen. Plup, da ist die Bombe. Gut, gut. Das ist so OP. Man portet einfach eine Bombe ins feindliche Schiff und schon. Boom. Zuck, zuck, zuck. Zuck, zuck. Na? Und jetzt? Was macht ihr jetzt? Ich will das hier ersticken. Ich glaube, ich platziere nur noch Bomben. Kostet das mich noch? Was geht denn? Und dann? Äh... Requires a Missile. Ja, macht das. Oh egal. Was ist das wert? Versteckt. Oh egal. Achja... Sie alle nur leben von ihnen. Wiss von. Jetzt. Jetzt passt die Heel Station kaputt. Oh... ah... Nix heilen. Boa... Ich find das gerade irgendwie ehpumf. Ich weiß nicht, dass es erstmal total böse ist, aber... Ich find das lustig. Oh ja. Jetzt wollen sie ihre Waffen wieder klammern. Oh, und jetzt fehlt auch da die Luft. Und ich muss mich richtig hinsetzen. Bzw. ich hab's eben getan. Und jetzt wollen sie wahrscheinlich wegfliegen. Ich werde es so angucken. Okay, komm, scheiß doch. Oh, oh, komm, bitte. Geht wieder einfach tot. Ernsthaft, komm, los. Piu-piu. Jetzt ist er noch die Waffen wieder. Jetzt buch ich mir eine Bombe da rein. Ich will, dass die beiden sterben. Schiefingert. Victory through escalation. Ach, da ist wer erstickt. Eppisch, ey. Ich klär den einen Typ noch in. In der nächsten Sekunde erstickt der andere. Dadurch gewinne ich noch. There are no more life things remaining on the ship. You stupid of useful materials. 62 Scrap. Okay. 40 und 60 davon ruhig 100. Okay, das hab ich nicht. Okay, hm. Need bait. Ne, das will ich dich jetzt nicht skillen. Hier, Engines. Dodge. Okay, komm, machen wir das noch. Das kann nicht schlecht sein. Und wir haben jetzt schon mal zwei Schilder, das ist auch gut. Warte mal, kann ich hier eigentlich noch skillen, dass die Waffenstellen lagen? Ne. Nur, dass ich mehr Energie habe. Und wir fliegen weiter. Nach diesem dramatischen Kampf. Ich glaub, ich nehme jetzt hier schon bestimmt seit einer halben Stunde das Spiel auf. Ich weiß nicht. Das gehört einfach dazu. Okay. 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 Ich bin bereit. Oh, nee. Ich hab nicht. Für sonst noch was. Komm hier muss ich tot. Oh, jetzt kommen da noch mehr Täter, ja? Ja, genau. Okay, wenn das so läuft, dann kann ich auch damit leben. Türen brauch ich nicht unbedingt. Und so ist das aktuell, okay. Aber der Typ wird auf jeden Fall im Hierraum leben. Jetzt hat er seine Typen zurückgeportet. Dabei ja schon, weil er reparieren muss. So, ich werde weiter auf die Waffen stellen. Er kriegt doch gar keinen Schaden davon, dass ich hier die Dinger zerstöre. Okay, wir machen jetzt nichts, das Schild kaputt. Okay, da haben wir ein Loch in der Hölle, das ist gut. So, jetzt werde ich nur noch den Laser-Spam-Raketen. Dann habe ich nur noch elf. Muss nicht sehen. Oh, jetzt ist er tot. So, ich würde sagen, dann können wir jetzt doch mal was scannen. Und zwar scannen wir... Das hier. Und dann vielleicht nur den hier. Und dann der Vogel. So, so, Exit. Aber reparieren könnte ich mich mal. We arrived at home. An unidentified ship is badly damaged and still being assaulted by a space pirate. The victims begin to destroy his message. Hunter the pirate cuts in offers to split the bounty if you sit tight. Accept the drop gripe. Fuel, one missiles, one scrap from sunsie. Try to be a hero. Attack the pirate. Eigentlich könnte es sehr sinnvoll sein, wenn ich den jetzt helfe. Aber ich müsste dann gucken, was der an Energie hat. Hat noch keine dritte Hülle, aber schon eine zweite. Und das gefällt mir wirklich nicht. Also... Lassen wir es mal. Wir sind böse. Gucken zu, wie der Pirat unschuldige Menschen tötet. Oder sowas. So, und der nächste zivilistische... Zivilistische? Keine Ahnung. Sektor halt. Jetzt sind wir hinten. Und wir fliegen zum Store. Schon damit wir uns mal reparieren können. To me, die Mission from the Neroi Planet indicates an Outpost below, which offers supplies to travelers, who send down an away party to check it out. Check it out! Ähm, ja, Drohnen bringen mir nichts. Cloaking? Kann ich mir nicht leisten. Cloak to the border? Kann ich mir nicht leisten. Okay. Der ist... Vorhin hat es noch zwei gekostet. Hier muss er drei. Und... Nicht gut. So. Bisschen repariert. Fliegen wir weiter. Stumble across a forward scouting... äh, scout of the rebel fleet. They are powering up their FTL. If they get away, there will be no doped one to fleet off your position. Was all of intruders klar? Okay. So. Okay. Jetzt haben sie erstmal eine Bombe in ihrem Schiff. Das Schiff ist so übertrieben stark. Ich bin grad echt ein bisschen ernst, dass ich jetzt verliere. Apropos Sauerstoff. Schnell. Laufen aus. Schilder angreifen. Mist. Klar. Der letzte Schuss ist der Mist im Mund. Na gut. Aber sie sind weg. Dann fühl ich mich auf jeden Fall besser. Und langsam, ihr seht vielleicht, dass das Schiff dunkler wird. Langsam geht uns die Luft aus. So ein bisschen zu sch當然. So ein bisschen zu schiffen. Oh mein Gott. Das war richtig hart, Gna. So, und du gehst mal davor, den schicken wir mal dahin, die sollen sich erstmal alle hielden. Also, die Rebellenschiffe sind nicht ohne. Und da ist der Herr Enos, den schicken wir jetzt zu den Waffen. Die Steine sind besser im 101 bzw. 201, deswegen lasse ich die mal hier und schicke ihn an die Schilder. Also, ja, ich zeig die Range, obwohl ich die Karte schon geschossen hab, aber da ungefähr mich. You power, pure weapons and engaged barrel trap, ja genau, das mache ich. Was ist das für eine Waffe?